Bitcoin ist ja einmal hier an dieser Stelle nach unten ausgebrochen, wir sind dann quasi gefakeoutet, brechen jetzt hier erneut unseren sehr sehr wichtigen Support, den wir sehr oft beispielsweise hier an dieser Stelle oder hier unten an dieser Stelle geretestet haben. Diesen Support brechen wir hier gerade aktuell, da werden wir uns jetzt mal ganz genau anschauen, was wird jetzt hier in der nächsten Zeit bei Bitcoin passieren. Außerdem werden wir uns in diesem Video auch nochmal Ethereum anschauen, da das sich viele von euch gewünscht haben, denn hier befinden wir uns auch nach diesem krassen Move nach oben in einer Konsolidierungsphase in diesem Channel und hier stellt sich natürlich auch die Frage, werden wir hier eher nach unten hin ausbrechen oder können wir damit rechnen, dass der Bullrun hier bei Ethereum weiter fortgesetzt wird und wir hier nach oben hin ausbrechen, genau das werden wir jetzt hier in diesem Video besprechen. Außerdem würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr hier unter dieses Video geht, den Daumen nach oben drückt, kostet euch nur zwei Sekunden von eurer Zeit und würde mich extrem krass unterstützen. Außerdem checkt gerne mal den ersten Link hier in der Videobeschreibung aus, dort kommt ihr nämlich auf meine Webseite, wo ich euch ganz genau erkläre, wie man profitabel mit Kryptowährungen handeln kann. Außerdem kommt gerne in meine kostenlose Telegram-Gruppe mittlerweile über 11.800 Leute drin, die ist kostenlos und ist hier im angepinnten Kommentar nochmal verlinkt, also kommt dort auf jeden Fall rein. An dieser Stelle beginnen wir jetzt auch mal direkt mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von Krypto Deutschland und zwar starten wir hier mal direkt im Bitcoin Chart. Bei Bitcoin war es jetzt so, wir haben hier ein größeres Rising Wedge Pattern gehabt, sind ja hier durch unsere wichtige gelbe Widerstandszone nach oben hin durchgebrochen, hatten dann jetzt hier ein Rising Wedge geformt und sind jetzt hier auch von der Bewegung her ein bisschen abgeflacht. Was meine ich jetzt hier mit abgeflacht? Wir sind hier sehr steil angestiegen und flachen jetzt hier von der Stärke der Aufwärtsbewegung ein wenig ab und genau das steht eigentlich immer für eine Konsolidierungsphase und eine Konsolidierungsphase bedeutet quasi, dass wir jetzt hier in dieser Preisrange erstmal den aktuellen Kurs festigen, bis dann der nächste starke Move kommt. Und meistens in die Richtung des Trends und dieser Trend ist ja ganz klar hier nach oben hin. Wir haben jetzt hier einen immer noch klaren Aufwärtstrend mit Higher Highs und auch Higher Lows. Das heißt hier diesen Aufwärtstrend zu erkennen ist auf jeden Fall nicht schwer. Das heißt tendenziell, man tradet ja immer mit dem Trend, könnten wir jetzt eventuell hier mit einem neuen High rechnen, was ca. bei dem Level von 53.000 Dollar läge. Ob das jetzt hier erstmal realistisch ist oder wir jetzt hier eventuell auch mit einem Breakdown rechnen müssen, werde ich euch jetzt ganz genau erklären. Dafür müssen wir uns auch ein paar Indikatoren einmal anschauen, die jetzt hier sehr wichtig werden. Einer der wichtigsten Indikatoren ist für mich die 20er EMA. Das ist hier diese grüne Linie, die wir hier eingezeichnet haben und wie ihr seht, bauen sie mir hier perfekt immer auf dieser Linie. Und ihr habt auch gesehen, diese Linie ist auch eigentlich perfekt in der Höhe mit unserem Support, den wir hier haben. Hier kann es natürlich sein, bzw. beim letzten Mal haben wir hier auch wieder einen Retest bekommen, dass wir das vielleicht nochmal retesten. Falls wir die 20er EMA brechen, ist das nächste Preisziel darunter hier unten auf dem Level der 50er EMA. Die 50er EMA ist hier die gelbe Linie, das lag bei 43.000 US-Dollar aktuell. Das heißt, wenn wir hier die 20er EMA brechen, dann können wir auf jeden Fall mit einem stärkeren Move nach unten rechnen, was dafür natürlich auch noch essentiell wäre, wenn wir hier das Level von 46.000 Dollar, was das letzte Low ist, nach unten brechen. Dann würde ich auf jeden Fall in eine neue Short-Position reingehen, da wir dann davon ausgehen müssen, dass der Markt erstmal ein Stück weit fallen wird. Den nächsten Support hätten wir dann glatt hier bei 44.000 Dollar, wo halt das Low davor war. Das heißt, wenn wir das brechen, dann geht es auf jeden Fall hier auf die 50er. Aber aktuell würde ich hier noch auf den Retest der 20er EMA warten und eventuell auf einen Bounce hier hoffen und dann den Bounce hier nach oben hin traden. Denn ihr seht es schon, wenn wir hier einen Bounce kriegen würden, würden wir hier auch ein perfektes W-Pattern formen und damit auch unseren Aufwärtstrend weiterhin fortsetzen. Grundsätzlich muss man aber auch oder darf man nicht außer Acht lassen, dass wir hier unseren wichtigen Support brechen, was dafür auch nochmal steht, dass wir entweder hier eine Korrektur nach unten hin sehen oder dass unser Aufwärtstrend schwächer wird. Das heißt, dass wir langsamer steigen werden. Aber wie ihr wisst, solange wir hier die 20er EMA halten, das ist ja der 20-Tage-Steigungsdurchschnitt, steigen wir exponentiell schnell. Weil immer wenn wir hier schneller, bzw. wenn wir das hier retesten, steigen wir immer schneller als die letzten 20 Tage davor. Und wenn wir immer schneller steigen als die letzten 20 Tage davor, steigen wir irgendwann exponentiell. Das heißt, für uns ist jetzt hier sehr wichtig, dass wir hier die 20er EMA weiterhin halten. Außerdem schauen wir uns hier auch nochmal die EMA Ribbon an, hier auf dem 4-Stunden-Chart. Und hier sieht es auch gerade aus, als würden wir hier einen Test kriegen, wenn wir die brechen. Beispielsweise, wie an dieser Stelle, rechne ich auch nur mit einer Wig hier nach unten hin, bzw. dass wir hier ein paar Kerzen oder einen Tag uns unterhalb der 4-Stunden EMA Ribbon aufhalten. Auf dem Daily-Chart ist es eigentlich noch offensichtlich, dass wir hier sehr, sehr, sehr bullig sind. Hier hatten wir auch den letzten Retest. Und auf dem Daily-Chart ist die obere Linie der EMA Ribbon quasi auch die 20er EMA. Das heißt, hier kann es natürlich auch sein, dass wir hier das Ganze nochmal testen. Je öfter wir diese Linie testen, desto wahrscheinlicher ist es natürlich auch, dass wir sie irgendwann brechen oder vielleicht mal ein bisschen weiter runter gehen und hier unten auf die Höhe der 50er EMA gehen und die ganze Ribbon halt testen. Aber aktuell auf dem Daily-Chart sind wir auf jeden Fall noch bullig. Und das heißt, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen können wir auf jeden Fall hier sehr, sehr gute Long-Trades eröffnen. Jetzt schauen wir uns mal Ethereum an, denn hier war es auch insgesamt sehr spannend. Wir hatten ja hier auch genauso wie bei Bitcoin ein riesiges Falling Wedge und hier sind wir dann auch nach oben hin ausgebrochen. Ganz genauso wie bei Bitcoin. Und nach dieser starken Aufwärtsbewegung hier sind wir bei Ethereum tendenziell sogar noch stärker abgeflacht. Wir hatten ja wirklich eine sehr starke Bewegung und kriegen jetzt hier kaum Aufwärtsschwung aktuell. Und das liegt daran, dass wir hier zwischen diesem oder beziehungsweise in diesem Ascending Broadening Wedge konsolidieren. Und genauso wie bei Bitcoin, ich zeige es euch nochmal hier, dieses Rising Wedge ein bearisches Pattern ist, ist auch ein Ascending Broadening Wedge, was wir auch hier haben bei Ethereum. Auch ein bearisches Pattern, was meistens hin nach unten in Ausbrich. Das heißt für uns auch, wir müssen hier auf jeden Fall auf eine Korrektur vorbereiten wie bei Bitcoin. Allerdings ist es auch hier so, dass wir hier eventuell auch nochmal die 20er EMA testen. Genauso wie auch bei Bitcoin sind wir hier bei Ethereum auf der 20er EMA immer wunderbar gebounced. Hier hatten wir jetzt hier dreimal einen Retest, was natürlich immer wichtig ist, dass wir nach dem Retest einen starken Bounce kriegen und über das letzte High nach oben hin drüber kommen. Und das wäre jetzt hier in diesem Fall, wenn wir jetzt hier auf ein Level von ca. 3450 Dollar kommen, das wäre auf jeden Fall dann ein bestätigter Bounce von der 20er EMA. Natürlich sind wir hier ein bisschen gebounced, aber besser wäre es natürlich, wenn wir hier noch einen stärkeren Bounce nach oben hin kriegen. Und genau, auf jeden Fall kann es aber auch hier sein, dass wir das hier nochmal testen oder vielleicht ein bisschen unter die EMA gehen mit ein paar Wigs und hier nochmal den unteren Support von unserem Ascending Broadening Wedge testen. Aber genauso wie bei Bitcoin, wenn wir hier nochmal auf der 20er EMA bouncen, würde sich hier ein W-Pattern formen, wo man einen extrem guten Long Trade machen würde, um ein Preistief, wenn wir hier ein W-Pattern formen mit einem Retest, wären dann hier oben die 3500 Dollar bei Ethereum. Das heißt, insgesamt sieht es tendenziell bullisch aus, was man aber nicht außer Acht lassen darf, dass wir uns bei Bitcoin und bei Ethereum in einem bearischen Pattern befinden. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall jederzeit mit einer Korrektur hier rechnen. Auf dem 4-Stunden-Chart testen wir hier auch gerade die EMA-Ribbon, sind tendenziell, wenn wir uns das genau angucken, ein bisschen drunter, aber kriegen hier gerade auch eine bullische 4-Stunden-Candle rein. Das heißt, das Ganze sollte hier nicht allzu schlimm sein. Man hat auch jetzt hier gesehen, Ethereum war auch hier im 4-Stunden-Chart die ganze Zeit oberhalb der EMA-Ribbon. Jetzt sind wir hier ein bisschen am Struggle mit der EMA-Ribbon, aber das sollten wir auf jeden Fall in den nächsten Tagen, Wochen in den Griff kriegen, dass die EMA-Ribbon hier weiterhin bullisch ist. Und auch auf dem Daily-Chart sind wir auf jeden Fall sehr, 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 sehr bullisch. Und hier könnte es natürlich sein, dass wir einfach nochmal die Ribbon retesten oder vielleicht sogar nach hier unten hingehen auf 2800 Dollar, dort nochmal die Ribbon ganz unten testen und dann von dort aus einfach weiterhin steigen werden. Insgesamt muss man natürlich sagen, sind wir hier in einem klaren Aufwärtstrend, aber wir sollten jetzt auf jeden Fall nicht glauben, dass wir hier in so einer Kurve nach oben hin weiterhin steigen werden, sondern wir müssen auch immer, je höher wir steigen, mit einer umso stärkeren Korrektur rechnen. Wenn wir hier eine Korrektur sehen würden, wäre das auf jeden Fall für den Markt nicht so schlecht. Dann hätten wir halt einfach eine Korrektur gesehen. Der RSI wird sich ein bisschen erholen, was er ja auch schon gerade auf dem Daily-Timeframe hier an dieser Stelle macht. Wir gehen hier auch schon wieder runter und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier vielleicht auf einem Level so von 45 oder so hier wieder einen Bounce kriegen. Und genau, das ist auf jeden Fall wichtig. Wir waren ja hier an dieser Stelle sehr, sehr überkauft. Das war ganz genau hier. Jetzt sind wir hier halt konsolidiert und dadurch konnte der RSI sich hier auch wunderbar erholen. Das heißt, es sieht insgesamt in meinen Augen relativ gut aus. Und genau, das war es auch erstmal soweit von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, geht hier unter dieses Video, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben, wird mich hier sehr unterstützen. Kommt gerne in meine kostenlose Telegram-Gruppe, ist im angehefteten Kommentar nochmal hier verlinkt und kommt auch gerne auf meine Webseite, wenn ihr Profitrader werden wollt, meine Strategie übernehmen wollt und genau lernen wollt, wie ich hier profitabel traden kann. Dann, wie gesagt, geht auf krypto-deutschland.de ist auch hier der erste Link in der Videobeschreibung. Klickt auf jeden Fall drauf, drückt bei dem Video eine positive Bewertung rein und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video und bis dann und ciao.